Also, ein V auf jeden Fall gefroht, das wird hoch, also, ja, definitiv. Ja, man hat keine Absicht, aber da geht's ja nicht rum. Und der meinte, naja, kann man geben... Wollen wir hier hin? Gelb, in den anderen Spot, oder seid ihr schon da? Hey, ich bin jetzt hier gelandet, ich kann jetzt hier nicht weg. Ja, komm mal. Quasi tot. Unterheran. Mann! Ja. Hier um die Ecke liegen noch ein paar, Robert. Hier im Haus, im Haus. Warte, ich muss mir kurz Platten geben, dann geht's gleich weiter. Äh, ich sag's dir nur, ich sag's dir nur. Ach, quatsch doch nicht. Das trifft wieder nichts. Hier Plattenkiste. Ja, ich hatte nur den Shieldbreak mit dem Mörser. Ist in den Schockstab reingemacht. Oh, ja, schön. Oh, der hat nicht mehr. Nix mehr. So. Scheiße. Achso, Punktesystem funktioniert. Das meinst du ja. Stimmt. Zählt. Ich brauch hier unbedingt Hilfe. Ich hab einen. Ich hab einen Cluster. Mann, ich bin so dumm, ey. Hab den. Oh, stark. Noch einer da drin im Haus. Unter David wahrscheinlich. Oh, stark. Gucken wir, ob's klappt. Gib dir doch mal die Platten. Gib dir doch mal die Platten. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Schau ich gleich an. Ne, den anderen noch K.O. gehabt. Oh, noch einer drüben. Der anderen Seite noch ein Team. Vorsichtig. Um absichern wir gut. Stark, stark. Das andere Team ist schon hier oben nämlich. Hier auf dem Hügel da. Jaja. Aber. Oh, die Bank. Oh. Ich hab gedacht, das wär wieder ranked. Olga, sehr geile Waffe gerade, muss ich sagen. Vom Boden. Ich hab's da drinne als Standard. Waffe aktuell. Finde nix sehr geil, muss ich sagen. Ich muss mal runter. Ich hab nämlich keine Platten mehr. Ok, ich muss auch mal runter. Selbe Problem. Schatten haben wir jetzt. Mörserschlag hier auf einmal bei uns. Wort echt. Wieder mal nichts angezeigt. Tatsache. Ja, genug. Wo, seid denn hier unter, oder? Mhm. Nee, unter im Wasser. Ach, da oben. Nein, ich geh in. Kann mich jemand schnell hier holen? Ganz schnell. Komm mal, komm mal. Komm erst mal. Na ja, guck mal. Werd' beschossen vom Hügel oben. Ist'n irgendwie weg hier. Ist scheiße. Ja, in den Hügel. Hör die hier rein. Präzi, Vorsicht. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. auf. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Genau über uns, weißt du. Robert? War er eben da. Warte mal, ich loote hier gerade. Jetzt komm ich. Ich geh. Warte abgelenkt hier. Hier Muni nochmal. Ich bin hier vollbeugend gerade. Der hat sogar schon eigene Waffen gehabt, ey. Jutti. Hier oben. Hier oben. Ja. Ich geh. Die fallen sich hier oben. Ja. Ach, Mann. Das braucht kein Schwimmer. Wo ist Pasi? Ich war jetzt gerade am Dorf da, ne? Weil hier über mir ist safe, was? Hier über uns ist so eine komische Drohne Was ist denn? Wo ist der Pascal jetzt? Ich muss erstmal da wegblieben Ja, das ist der Pascal hier. Wir sind gar nicht so weit weg, glaube ich Ah ja Jetzt mal, ob ich am V-Zweig rüberkommen kann Ah ja Ich bin ja auf dem Weg, frei im Mörsern Ich habe auch jetzt noch einen Prezi Ach Robert, du bist hoch? Gehst du rum weiter oder was? Ja, pass ich da unten Äh, ja, ich gucke mal, was hier abgeht Ich würde halt gerne nochmal einen Drop Ach, woher bist Ach, hier sind sie ja direkt Also jetzt werden pro Tod übrigens schon 6 Punkte abgezogen Mit 2 Oha Entschuldigung, haben wir jetzt sterben Wo bist denn der Roboter auch noch? Komm jetzt hoch Irgendwie oben sind sie Auf jeden Fall hoch Ich zieh mich jetzt hoch Da hinten sind sie Da geben sie sich gerade richtig Hinter dir quasi jetzt Genau wo du denn guckst Da sind sie Da oben Wer dann hier guckt hier Oh, neben uns Neben uns in dem Haus Ja, die sind hier Die sind hier Down 2 down Hey, hier, Gegner Close, close, close Ja Die sind hier so scheiße Vom Spot her Paar down da drüben Aber Erstmal raus, dass die Hütte Ach, ich bauch nicht Nicht rüber Oh Gott, von der anderen Seite hoch Jetzt sind wir an der Zange hier richtig Oh fuck Oh fuck Der wird mich pushen Keine Chance Aber das kann ich leider nicht überlegen Genau über dir sind sie drinnen Der Dreierteam Halt doch die Fresse Warte, ich lebe nur Ich hoffe, alles geht gut Ja Nur nur 15 Sekunden 16 Man, ich hatte da wieder ein paar Leute down Mit dem Prezi wieder nichts bekommen Yes Schlaget Ding Ah, Prezi hier Du stehst nicht drin Ab in die Zone Mal gucken, wo wir hingehen Haben wir hier nicht unser Haus noch? Wollen wir hier hinten nochmal landen? Wir hatten Noch weit probieren, wen wir zu übernehmen Was ist gelb noch drin? Ach so, was ist außerhalb der Zone? Nee, aber ist nicht weit weg Nein, lass zu gelb gehen In die Hütte nochmal Können wir rüber Hier oben ist die Tür direkt Ich bin der andere jetzt schon mal rein Ich hab das schon mal kurz gehört Ja, wir haben uns auch noch einen Job gefunden Das ist schon mal gut Du sollst das nehmen Perfekt Perfekt Wieder gewinnen Und hier Paschelt 26 Ach fuck, ja klar Ja, ihr Fasselkran Jetzt hätte er die Muni-Box in die Couch reingeworfen, so was ich nicht da rankommen Dann ist das der Klick Aber Schnelles Ding Strei-Miner So, die Zone kommt ja schon Ja Eine Platte gefunden Lächerlich Ein Kill Lächerlich Diese geilen Drohnen, die man nix hätten Ich hab mit denen in letzter Zeit eigentlich Jute-Fahrt weggeräumt Also Jute-Fahrt weggeräumt Setze ich die falsch ein Ich hab nen Shop dabei, wir können doch mal nen Drop holen Ach so, ja Wenn Pasi hier landet Dann werft er den Shop hier direkt hin Vielleicht ist er auf am unerfälligsten Grad Ja, auf den Ziel Zack Natürlich Die kommen Also ich hab die Moskito, hat gerade jemand nen Shield-Frag Meine, was ist doch genau da? Das war Prezi, ja Vorsicht am Drop, da wurde ich geschossen Okay, jetzt mal rangehen hier, Prezi schlägt da hin Oder denkst du, die werden jetzt abholen? Also mein eigener Ja, äh, gut Du musst da dazusagen Fremder Prezi legt einen Katz dran Oh shit Den Katz dran, den Katz dran, kein Problem Ich bin schon mal in der Etage hoch gegangen Und hier ist ja wieder, ich hab keine Gasmaske Wir müssen Hier ist jetzt einfach einer drinnen, oder? Ja, wir müssen jetzt schon rüber Ja, ja, müssen wir auch Wir müssen gucken, wie wir laufen Top 5 ist drinnen, Jungs Vielleicht haben wir auf jeden Fall die Punkte sicher Ich bin losgegangen schon Hier durchs Haus gerade durch, ging eigentlich gut Am Shop war gerade einer drinnen hinter uns nochmal Glaub ich Bleib weiter, bleib weiter, wir müssen in die Zone hin Vorne sind 100 pro Gegner Na ja, wird das egal Hier sind sie Oh fuck, ich hab so nen scheiß Weg genommen Ja, genau Genau gegenüber am Fenster Ja Hier ist gerade einer gelandet Ach, der war da im Shop, oder? Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott Kommst du ja nochmal in den Shop ran, Robert? Du hättest die Cola Probiert Ja Dieser Shop, Alter, ey Ist absoluter Müll, einfach nur Du musst erst nach oben drücken, damit du auf den Mate kommst Na ja, genau Das verstehe ich einfach nicht Top 3 Prezi schlägt ein nochmal da, glaub ich Nein, das verstehe ich, das verstehe ich, das verstehe ich kann 2 Inner ist hier an der Laube David, hast du noch Rauch mit? Demolek jetzt mit der Pistrolle Wollen wir auch nicht Warten die nur drauf, besser Ah, gehen da jetzt, gehen Schade Schade, aber zweiter Platz noch Schade Na ja, Mann Wären wir ja nicht drinnen hier More was not in it Im normalen, na Normal, danke Ach, richtig, richtig abgeliefert, ja ruhig Komm Pladin 1 Da ist es Oh, Gottes Willen Call me Bora Eigentlich